Paypal ist in den letzten Tagen stark angestiegen. Wird es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und sogar Jahren so weitergehen und werden wir sogar bald ein neues Allzeithoch haben oder werden wir doch weiter nach unten stürzen und sogar gegen Null laufen? All das in diesem Video. Bleiben Sie dran! Ja, wie Sie auch wahrscheinlich wissen, ist Paypal in den letzten Tagen stark angestiegen. Und was heißt das jetzt für den Chart? So, wenn wir den Chart mal anschauen, dann sehen wir im übergeordneten Chart zwei Bewegungen, die wir übergeordnet abgeschlossen haben. Einmal diese erste Bewegung. Diese erste Bewegung hat dann sozusagen hier dieses Allzeithoch platziert und nach diesem Aufwärtszyklus, nach dieser ersten Bewegung, sind wir dann eben hier in diesen Abwärtszyklus reingegangen und haben dann sozusagen hier diese zweite Bewegung gestartet. Und nach dieser zweiten Bewegung erwarten wir grundsätzlich bei der Erliertwellenmethodik noch eine dritte, vierte und eine fünfte Bewegung. Und das heißt, wir erwarten natürlich, dass diese zweite Bewegung, dieser Abwärtszyklus, den wir schon lange haben, irgendwann zu Ende gehen wird und dann sozusagen eine neue Aufwärtsbewegung starten wird, die sogar ein neues Allzeithoch machen wird. Weil wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die dritte Bewegung in den allermeisten Fällen die stärkste und längste Bewegung wird. Das heißt, dieser zweite Aufwärtszyklus wird deutlich massiver sein als der erste. Und wir werden hier enorme Ziele anlaufen und sehr, sehr viele Profite mitnehmen. Wir werden hier in diese Zielzone zwischen 540 und 836 US-Dollar laufen. Das heißt, wir haben hier einen prozentualen Gewinn dann von circa 1000% bis zur Unterkante, also mindestens eine Verzehnfachung. Und dann maximal 1500% an der Oberkante. Also man würde dann maximal mit diesem Wert sein Kapital verfünfzehnfachen. Also wir sehen, wir haben hier ein massives Potenzial bei Paypal. Nur das einzige Problem ist, dass wir natürlich mit der Elite-Wellen-Methodik zwar den Chart lesen können und auch Bewegungen vorhersehen und antizipieren können, aber dass wir eben keine großen Krisen und schwarze Schwäne vorhersehen können. Das heißt, wenn zum Beispiel ein dritter Weltkrieg ausbricht. Oder was halt natürlich jetzt viel realistischer wäre im Falle von Paypal, wenn die digitalen Währungen eingeführt werden. Sowas können wir natürlich nicht vorhersehen. Und natürlich, wenn die digitalen Währungen eingeführt werden und sogar verpflichtend gemacht werden, dann wird es natürlich hier nicht so rosig aussehen für Paypal, sondern dann werden wir natürlich wahrscheinlich gegen Null laufen, weil Paypal kann natürlich den Wettbewerb gegen die Regierungen nicht gewinnen, die die digitalen Währungen verpflichtend machen. Aber wenn wir eben davon ausgehen, dass die digitalen Währungen jetzt erstmal nicht kommen werden und davon können wir jetzt auch wahrscheinlich ausgehen, dann werden wir eben in den nächsten Jahren diese Bewegung hier machen. Und was man obendrein noch machen kann, um hier eben das Ganze sicherer zu spielen, ist, dass man hier auf den ersten Impuls wartet, weil wir hier eben diesen Aufwärtszyklus, den ich eben angezeichnet habe, nicht geradlinig durchführen werden, sondern wir werden eben auch Rücksätze haben. Wir werden auch in dieser dritten Bewegung in einer fünfteiligen Struktur hochlaufen. Das heißt, in dieser Art hier 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann kann man natürlich warten, dass diese erste Bewegung abgeschlossen wird und wir dann hier bei der zweiten Bewegung dann einsteigen. Und dann hätte man natürlich immer noch ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis und würde den restlichen Profit mitnehmen und hätte dann eben den Vorteil, dass man hier eine Bestätigung für den restlichen Anstieg hätte, weil wenn diese ersten zwei Bewegungen abgeschlossen werden, dann ist es ja ziemlich logisch, dass die anderen auch noch kommen, um den fünfteiler hier abzuschließen. Aber das wäre dann sozusagen eine Bestätigung. So, und jetzt schauen wir uns an, wann diese zweite Bewegung hier zu Ende gegangen ist und ob sie sogar vielleicht schon zu Ende gegangen ist mit dem letzten Anstieg, den wir in den letzten Tagen hatten. Das schauen wir uns jetzt mal im kurzfristigen Chart an. So, und in dieser letzten Bewegung hier waren wir in einer Enddiagonale und wie Sie sehen, haben wir diese auch schon beendet und diese Enddiagonale besteht in der internen Struktur wieder aus fünf Bewegungen, also es ist wieder eine fünfteilige Struktur und wir haben halt hier die erste Bewegung gehabt, hier eine zweite, hier die dritte, hier die vierte und wir sind sozusagen jetzt in der finalen Welle gewesen und wir analysieren Paypal ja jetzt schon seit Monaten und immer wieder haben wir gesagt, dass wir hier in diese fünfte Welle kommen werden und dass das sozusagen die letzte sein wird, die dann eben die langjährige beziehungsweise mehrjährige Korrektur dann abschließt und das ist hier auch geschehen. Wir haben hier diese gelbe fünfte Bewegung hier mit drei Bewegungen abgeschlossen und zwar hier mit der A-, B- und C-Struktur und sind dann sozusagen hier in diese Zielzone in den Trendwendebereich reingelaufen und die haben wir auch schon seit mehreren Wochen beziehungsweise Monaten aufgestellt und haben dann halt immer wieder gesagt, dass dieser letzte Teil von dieser gelben Fünf und zwar diese Bewegung hier, dieser Teil hier in diese Zielzone reinlaufen wird und dann hier eben zum Ende kommen wird und dass dann hier dieser Start von dem Aufwärtszyklus sein wird und das ist hier auch geschehen. Wir sind hier quasi in diese Zielzone reingelaufen und dann waren wir uns natürlich noch nicht sicher, ob dieser Anstieg hier sozusagen schon der Beginn des Aufwärtstrends ist, aber in den letzten Stunden haben wir hier einen noch heftigeren Anstieg bekommen und das sagt uns mehr oder weniger, dass wir hier wirklich jetzt schon im Aufwärtszyklus sind, weil das kann jetzt keine Zwischenkorrektur sein, dafür ist es zu hoch gekommen. Es ist wahrscheinlich eher ein Impuls, also es ist das eingetroffen, was ich auch vorhin erklärt habe. Wir haben einen ersten Impuls bekommen, haben also somit eine Bestätigung bekommen, dass wir jetzt hier den Aufwärtszyklus nach oben weitermachen werden und uns jetzt immer weiter nach oben arbeiten werden. So, aber was sind jetzt die nächsten Bewegungen, die wir hier erwarten müssen? Und zwar gehen wir eben davon aus, dass wir hier den ersten Impuls abgeschlossen haben. Wir werden uns gleich noch diese Unterstruktur anschauen und gucken, ob diese fünfteilige Struktur hier schon vorliegt. So, und wir gehen eben davon aus, dass wir hier schon eine fünfteilige Struktur abgeschlossen haben. Wir werden das gleich nochmal näher reingezoomt besser betrachten, aber das heißt dann halt für uns, dass wir jetzt erstmal eine kleinere Korrektur haben werden, eine zweite Bewegung sozusagen. Wir werden hier auch gleich eine Zielzone dafür bestimmen und uns dann mit einer dritten Bewegung weiter nach oben arbeiten werden. Und dann werden wir natürlich noch eine vierte Bewegung und eine fünfte bekommen und würden uns dann hier schon wahrscheinlich in diese 70er-Zone langsam reinarbeiten. Aber wir sollten uns jetzt zunächst erstmal hier diesen Teil genauer anschauen. So, und wir sind jetzt im sehr, sehr kurzfristigen Chart und zwar im 5-Minuten-Chart. Und man könnte das natürlich folgendermaßen zählen, dass wir hier schon einen fünfteiler beendet haben. Und zwar wäre dann hier die erste Bewegung, hier die zweite, hier die dritte. Das wäre natürlich eine zeitlich sehr kurze 3 gewesen, aber die hat natürlich trotzdem ihr Mindestziel auf jeden Fall erreicht und ist sogar darüber hinaus geschossen. Also preislich hat diese 3 auf jeden Fall alle Anforderungen erfüllt. Dann hätten wir hier eben diese vierte Bewegung bekommen und dann die letzte, fünfte Bewegung. Die ist auch in ihre Zielzone gelaufen, hätte also auch ihre Anforderungen damit erfüllt. Und das wäre natürlich eine valide Zählweise, aber es gibt natürlich auch eine zweite Zählweise. Aber wir halten halt dieses Szenario auf jeden Fall für am wahrscheinlichsten. Und nach diesem Szenario würden wir jetzt eben in einer dreiteiligen Struktur dann eine Korrektur vollenden und dann hier eben einen guten Einstiegspunkt haben dadurch, um dann eben den nächsten Anstieg mitzunehmen. Und dann können wir auch die Zielzone für diese Korrektur bestimmen. Die wäre dann hier zwischen dem 50er und dem 76-4er Retracement Level, also zwischen 53,27 und 51,67 US-Dollar. Hier würde der Preis sozusagen reinlaufen und dann hier die Trendwende vollziehen, um dann den nächsten Anstieg einzuleiten. Das heißt, wer diese dreiteilige Struktur nicht mitverfolgen will, kann dann natürlich hier an der Oberkante eine Limit Order platzieren und wäre dann automatisch im nächsten Anstieg mit drinne. Den Stop-Loss könnte man dann natürlich etwas unter dieser Zielzone setzen und dann hätte man hier auch auf jeden Fall ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. So, das zweite Szenario sieht folgendermaßen aus. Wir haben halt hier oben dann erst die drei abgeschlossen, würden dann hier eben eine Welle 4 Korrektur reinlaufen und hätten dann hier eben noch einen letzten Anstieg nach oben. Nur dann wäre die innere Struktur von dieser dritten Bewegung etwas komisch, weil das müsste ja dann die erste sein, die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte und wir sehen, diese dritte Bewegung wäre dann etwas zu kurz. Das heißt, dieses Szenario ist etwas unwahrscheinlicher, aber das müssen wir auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, weil das kann theoretisch auch einen treffen. So, in diesem Szenario würden wir halt auch eine Korrektur im nächsten Schritt bekommen, aber die wird dann halt nicht so tief sein, die würde dann etwas kürzer sein und wir würden dann sozusagen noch einen letzten Anstieg bekommen, bevor wir diese größere Korrektur dann hier in diese Zielzone haben würden. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall deutlich unwahrscheinlicher als das primäre Szenario. Ja, das wären die nächsten Bewegungen zu Paypal aus unserer Sicht. Es wird immer spannender bei Paypal und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt endlich am Aufwärtstrend sind. Wir hatten lange genug die Korrektur bei Paypal und können jetzt endlich mal aufatmen. Wie sehen Sie das? Sind Sie vielleicht sogar schon investiert in Paypal? Schreiben Sie uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Ciao.